Ja hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Bar als Kosmos. Heute geht es mal wieder um eine Kleinigkeit mit dem VW-Bus. Und zwar hatte ich ja ein riesengroßes Ersatzrad und das passt leider nicht mehr in die Schale vorne. Ja und die Lösung, die es da gibt, sind natürlich einen Ersatzradträger dran zu bauen. Und da gab es ja bisher immer nur so zwei Alternativen. Einmal so eine relativ günstige Ausführung, die dann aber verschlossen ist praktisch hier irgendwo in der Klappe. Und da muss man dann theoretisch auch ein Loch in die Klappe machen. Das wollte ich nicht. Und dann gibt es den original nachgebauten Synchroträger. Der hat mir aber auch nicht so gut gefallen. Also A ist er natürlich relativ teuer und B finde ich es nicht so gut, wenn seitlich am Fahrzeug Löcher gebohrt werden. Ja und da gab es halt jetzt so neun Träger und den habe ich mir mal bestellt. Und da schauen wir uns gleich mal an, wie der ausschaut, welche Einzelteile das sind. Und dann wird er natürlich auch montiert, weil das Ersatzrad soll ja wieder drauf. Wie ihr wisst, war ja hier vorher das Reserverad auf Paulchen drauf. Das ist aber nicht so toll. Ich hatte zwar verstärkte Gasdruckfedern für die Heckklappe, also mit, ich glaube mit 800 Judenmeter anstelle von 600. Aber die Klappe blieb trotzdem nicht zwangsläufig immer oben. Erstens und zweitens ist das ja auch nicht gut für die Scharniere und alles von der Tür. Das Rad wiegt irgendwie auch so, was weiß ich, 15 bis 20 Kilo. Und auch wenn Fahrräder auch einiges wiegen, wenn da zwei bis vier Stück drauf gehen, eigentlich, ja wollte ich das nicht mehr. Des Weiteren hat natürlich das Rad, wenn das hier in der Mitte sitzt, hat natürlich auch die Sicht nach hinten beeinträchtigt. Und der Reserveradträger, der sitzt ja dann eher so ein bisschen seitlich. Das heißt, nach hinten kann man wahrscheinlich auch besser gucken. Es gibt also Gründe, warum man das machen sollte. Und jetzt schauen wir uns aber, wie gesagt, erst mal den Träger an. So, das sind jetzt alle Teile von dem Träger. Da haben wir also erst mal die Hauptbefestigung. Die kommt seitlich an den Rahmen von der Karosserie zwischen Kofferraumklappe praktisch und das ist jetzt ein Träger für links und der linken Außenseite von der Karosserie. Dann haben wir einmal das Gegenstück, das passende. Das kommt praktisch innen rein in den Lüftungsschacht und wird dagegen verschraubt. Dann haben wir hier den Träger selber. Der ist einstellbar, indem er praktisch hier, wo die Augen drin sind, die Schrauben rein und raus bringen kann, damit man den praktisch justieren kann, ob der jetzt mehr hängt oder nicht. Dann haben wir hier einmal für das Reserverad die Halterung. Die kommt dann wiederum hier rauf und wir haben hier an der Stelle den Verschlussmechanismus. Der kommt unten neben das Rücklicht. Das heißt, er kommt in die Karosserie, in das Heckblech und nicht in die Kofferraumklappe. Dann gibt es hier nochmal einen Dämpfer, damit, wenn der Träger auf oder zugemacht wird, dass der halt nicht bei Schräglage oder sowas hin und her schwabbeln kann, dieser zwei zugehörigen Kugelköpfe. Ja, und das muss jetzt praktisch eingebaut werden. Und das wird jetzt der nächste Schritt sein. Eine Anleitung gab es im Übrigen auch. So, wie schon gesagt, der Träger kommt hier an diese Seite ran. Der hat auch die Aussparungen hier für den Knubbel, der hier ist, für diese Versteifung. Und das werde ich jetzt erstmal abkleben, damit hier keine Kratzer entstehen, weil das ist ja auch alles lackiert worden. Dann kann man den ansetzen, kann den markieren, kann den bohren und hoffen, dass alles passt. Ich hatte hier unten einen zusätzlichen Rückfahrscheinwerfer. Den habe ich immer noch. Der muss aber jetzt weg, weil hier kommt ja das andere Stück hin zum Verschließen. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Der funktionierte eh nicht immer, ob ich den nochmal montiere oder nicht. Eigentlich geht es ja nur auf der Seite, aber selbst wenn ich das mache, müsste ich dann wahrscheinlich eher auf dem LED gehen oder sowas, weil der Platz dann auch nicht passen würde, wenn hier erstmal dieser Verschlussmechanismus ist. So, ich habe jetzt das Kabel hier abgemacht. Das war da dran mit einem, ich glaube, das nennt man einen Stromdieb. Wo war das da dran? Jetzt können wir im Prinzip auch schon wieder das Rücklicht draufsetzen, festmachen und gut ist. So, ja wie ihr sehen könnt ich habe jetzt hier die löcher markiert gehabt also hier abgeklebt markiert gebohrt und jetzt wieder versiegelt und jetzt kommt praktisch die eine schiene von hinten durch die andere schiebe von einer die schiene von der anderen seite dagegen damit das ganze verschraubt ja das ganze geht halt hier durch den lüftungsschaft hier rein und dann musste ich auch noch hier dieses teil das ist die luft ansaugung von dem hochgelegten von der hochgelegten luft ansaugung muss ich noch weg machen und dass die schiene jetzt von der rückseite rein kommt und die verschraubt werden muss so so Das war's für heute. Ja, was ihr jetzt hier seht, ist der Halter, der Strand. Aber mit der Heckklappe, das ist nur ein ganz dünner Schlitz, das hatte mit dem Originalhalter so nicht funktioniert. Das heißt, ich musste den hier ein Stück nach außen drücken, ansonsten hätte das nicht funktioniert. Und die Klappe kann man ja auch nur so weit einstellen, wie es geht, ansonsten sind ja auch hier die Falze überhaupt gar nicht mehr da, wo sie hin sollen. Und auch der Abstand zwischen hier und hier, der war ziemlich eng. Ja, und jetzt hat man halt hier den Träger dran, den kann man rummachen. Und was jetzt halt noch fehlt, ist hier unten der Halter, wo das nachher einrastet. Und wie ihr hier oben sehen könnt, ja, das Ding ist mir halt auch nochmal runtergefallen, aber Sachen passieren halt. Hier ist praktisch jetzt der Träger fürs Reserverad dran und da mache ich jetzt das Reserverad auch drauf, damit ich gucken kann, ob das Gewicht das irgendwie runterdrückt, damit der Halter auch richtig sitzt. Und ich nachher nicht das böse Erwachen habe, wenn dann doch das Rad drauf ist, dass der dann, ja, dass der dann halt sich senkt und der Halter nicht mehr passt. Hier, das ist so geregelt, die haben halt hier so dicke Schrauben drauf. Und, ja, wie ihr sehen könnt, wird das hier einmal gegengeschraubt und dann kommt hier das Rad drauf und da kommen dann noch Stoppmuttern drauf mit Scheiben. Und dann ist das auch in Ordnung. Und dann ist das auch in Ordnung. So, das ist jetzt der untere Halter, da sind auch wieder vier Löcher gebohrt worden und von der Hinterseite, im Motorraum, ist dann noch eine Platte dagegen. Das wird alles verschraubt und jetzt muss es nur noch funktionieren. Das letzte i-Tüpfelchen ist jetzt noch der Dämpfer. So, dazu ist es hier, sind zwei Kugelköpfe eingeschraubt und... Das war's jetzt hier mit dem Einbau von dem Reserveradträger. War ein bisschen nervenaufreibend bei gewissen Aktivitäten. So zehn Löcher in den Autobohren macht auch nicht immer Spaß. Aber es ist geschafft und das Rad sitzt deutlich besser als vorher auf dem Paulchen hier in der Mitte, wo man auch durch den Rückspiegel nichts mehr gesehen hat. Von daher bin ich alles in allem sehr zufrieden. Das sollte jetzt auch keine Einbauanleitung sein, sondern einfach ein bisschen Dokumentation, habt ihr ja gemerkt. Und bei manchen Sachen, wo ich selber hier unter Strom stand, hatte ich dann auch keine Lust zu filmen, weil dann will man ja auch endlich das Knifflige hinbekommen. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns demnächst. Tschau! So, jetzt habe ich schon ein bisschen Praxiserfahrung mit dem Träger und ich kann euch so ein paar Kleinigkeiten noch zeigen. Eine Sache, die ich noch gemacht habe, ist, hier hinten sind zwei Löcher drin. Je nachdem, ob man das Rad nur so stehen haben möchte oder 180 Grad, also 90 Grad oder 180 Grad, kann man dann praktisch hier eine Stange reinschrauben. In meinem Fall ist das einfach nur ein Gewindebolzen, ich wollte den nicht komplett aufgehen lassen. Wenn man das nicht macht, dann kommt das Rad bis an die Karosserie. Das wollte ich nicht. Und dann wollte ich auch noch zeigen, hier, seht ihr schon, also es ist noch nicht lang, dass der Träger drauf ist und wir haben hier, ich meine hier ist ein Lager zwischen, also zwischen hier und hier ist ein Lager. Aber trotzdem, die Kugel, die da drin ist, die sieht auf beiden Seiten schon ein bisschen rostig aus. Ansonsten hat er sich nicht gesenkt oder irgendwas, der Träger und funktioniert soweit recht gut. Ansonsten hat er sich nicht gesenkt oder auch nicht gesenkt oder irgendwas, der Träger und funktioniert. Vielen Dank.